Wenn man sich tatsächlich mal anschaut, was sind die Emissionen pro transportierte Ladungseinheit, ich sehe es hier eigentlich relativ grün. Nichtsdestotrotz müssen auch wir unsere Emissionen stark reduzieren und irgendwann müssen wir auf Null kommen. Da sind Treibstoffe natürlich unglaublich wichtig, aber es ist nicht das Einzige. Am Ende sind heutzutage diese grünen Treibstoffe noch nicht in großen Mengen stehen, die einfach nicht zur Verfügung. Und das wird voraussichtlich auch noch 10 oder 20 Jahre dauern. Und das bedeutet, dass wir auch heute noch auf Effizienz setzen müssen. Kleiner Podcast-Ausflug in eine ganz andere Branche heute und zwar in die Schifffahrt oder zur Reedereigeschäft. Keine Branchen, mit denen ich mich bislang sehr viel beschäftigt habe, mit denen ich mich gut auskenne, aber ich war sehr neugierig, weil die erfolgreichste, größte, wichtigste deutsche Reederei, Nummer 5 auf der Welt, nämlich Hapag Lloyd, hat im letzten Jahr ein Ergebnis produziert, ein Ergebnis von 18 Milliarden Euro. So profitabel, so viel Geld, verdient keine andere deutsche Firma, hat auch, glaube ich, noch nie. Und das hat mich neugierig gemacht. Wie kann das eigentlich sein? Was für ein Geschäftsmodell ist eigentlich Reederei? Also wie macht man das? Wo kommt das Geld her? Was sind die Kosten? Wo kommen die ganzen Schiffe her? Was kostet ein Schiff? All das wollte ich wissen und habe dazu treffen können, direkt am traditionsreichen Stammsitz von Hapag Lloyd in Hamburg, den Rolf Happen-Jansen, das ist der CEO von Hapag Lloyd und es war ein sehr lehrreiches Gespräch. Unter anderem kamen auch Piraten vor, einiges andere. Auf geht's! Hallo Rolf. Hallo. Guten Morgen. Du bist sozusagen in der Schifffahrt eigentlich aufgewachsen, zumindest in der Spedition. Also als Holland geboren, aber immer im Bereich Logistik, Spedition gearbeitet. Das stimmt. Ja, eigentlich schon seit über 30 Jahren. Am Anfang bei Netloid, danach ganz lange bei DHL und danach AP Müller und seit mittlerweile schon wieder neun Jahren bei Hapag Lloyd. Gut. Und du kamst zu Hapag Lloyd, als die Firma eigentlich, kann man sagen, am Boden lag. Also das waren zumindest sehr, sehr schwere Jahre. So 2014 war das, als du herkommst. Ja, ich kam in die Mitte der Krise und damals war die Lage natürlich unglaublich schwierig. Damals war der Zusammenschluss mit CSRV schon eingeleitet und das war für uns ein ganz wichtiger Schritt nach vorne und seitdem hat das sich natürlich gut entwickelt. Aber ich meine, bevor wir jetzt über die heutige Zeit sprechen und über die Entwicklung von 2014 bis heute, also man muss sagen, der Market Cap von Hapag Lloyd ist heute 50 Milliarden, also schon auch eine der wertvollsten deutschen Firmen überhaupt. Wie hoch war der Market Cap, als du kamst? Das weiß ich nicht mehr genau, aber als wir an die Börse gegangen sind, dann war unser Market Cap, glaube ich, 1,5 oder 2 Milliarden. Also das war ja das Jahr, in dem du kamst. Du hast doch als erstes den IPO gemacht, ne? Nein, wir haben zuerst den Zusammenschluss mit den Chilenen gemacht und wir sind in 2015 an die Börse gegangen. Aber trotzdem, also ungefähr den Firmenwert verfünfzigfacht in den letzten Jahren, aber auf Basis… Kann sich auch wieder ändern, ne? Das weißt du auch, ja. Genau, genau. Aber auf Basis einer auch riesigen Tradition, also Hapag oder Lloyd, Hapag Lloyd ist jetzt ja dann irgendwann eins geworden, haben in Deutschland eine riesen Tradition. War dir das klar? Ja, schon. Ja, ich meine, Hapag Lloyd hatte natürlich auch international wirklich einen Namen. Ich meine, wir sind auch nicht umsonst schon fast 176 Jahre da, ja. Also von daher, ja, eine Traditionsrederei, so wie alle das sagen. Und auch in den Markt, die sich immer wieder verändert und Hapag Lloyd hat sich eigentlich mit verändert und so muss es auch sein. Angefangen hat es ja mit Segelschiffen aus Hamburg in die USA, also ich glaube, da kommt noch der Name Hapag her, also amerikanische Paketgesellschaft so und da wurde gesegelt. Und dann hat es sich halt über die Jahre entwickelt und dann war es aber eigentlich fast kurz vorm Aus. Also bevor du kamst, war das so, dass man dachte, die Firma überlebt sich so richtig. So schlimm war es jetzt auch wieder nicht, aber in 2014 oder kurz nach der Krise stand Hapag Lloyd, so wie alle anderen Schifffahrtsunternehmen, stand einfach, das war einfach schwierig. Und wir waren tatsächlich mitten in die Krise und das hätte auch anders ausgehen können. Warum war das damals so schwierig? Also was ist sozusagen der Zyklus von Schifffahrt, wovon hängt er ab? Weil der Zyklus in der Schifffahrt, alles hängt am Ende ab von Angebot und Nachfrage. In 2009 hatten wir natürlich die große Krise. Damals hatten alle damit gerechnet, dass es ein sehr großes Wachstum gibt. Es gab sehr, sehr viele Neubestellungen von neuen Schiffen. Die sind dann auch gekommen und okay, dann waren einfach viel zu viele Schiffe da für das Angebot. Und dann sieht man einfach, dann gehen die Raten im Keller und damit haben dann alle gekämpft. Ist denn Schifffahrt in dem Sinne ein zyklisches Business, also es sich genau sozusagen immer in dem Rhythmus der Wirtschaft bewegt? Nicht genau im Rhythmus der Wirtschaft, aber es ist sicher ein sehr zyklisches Geschäft, das stimmt. Okay, also die Hapag, was glaube ich viele gar nicht wissen, gehörte damals auch noch zu TUI. Also TUI kennen wir heute so als Ferienunternehmen oder als Tourismusunternehmen. Aber es war lange der größte Shareholder von Hapag Lloyd, eigentlich überraschend. Ja, aber das war einfach während viele Jahre so. Hat auch über viele Jahre gut funktioniert, aber dann irgendwann in 2008 gab es einen Versuch von einer asiatischen Reederei, um Hapag zu übernehmen. Und dann kam es zu dieses Albert-Bowland-Konstrukt, wo einige eingestiegen sind und der TUI teilweise ausgestiegen ist. Der TUI hatte danach auch immer noch über 20 Prozent, als ich kam. Und die letzten 20 Prozent haben die dann in 2016, glaube ich, verkauft. Das war nicht so schlau. Ich meine, im Nachhinein ist man immer schlauer. Ich glaube, damals war das für TUI gut. Die haben das damals gegen einen ordentlichen Kurs verkauft. Die wollten auch aussteigen. Von daher war das an dem Zeitpunkt eine gute Entscheidung. Und was jetzt über die letzten zwei, zweieinhalb Jahre passiert ist, das konnte niemand vorhersehen. Heute, um das auch einmal kurz zu erklären, gehört Hapag Lloyd, Herrn Kühne, also dem deutschen Logistik-Billiardär. Es gehört in Teilen der Stadt Hamburg. Es ist Teilen börsennotiert. Wem gehört es noch? Und zusätzlich gehört es auch CSRV. Das ist die chilenische Rederei, mit der wir fusioniert sind in 2014. Und zusätzlich gehört es auch noch zwei Investmentfonds im Nahen Osten. Ah, genau. Ich glaube, das ist einmal in Abu Dhabi, kann das sein? Einmal in Katar und einmal in Saudi-Arabien. Ah, okay. Also das sind ja die Investmentfonds, die mittlerweile auch in Start-up-Firmen reingehen oder generell die deutsche Industrie-Pakete kaufen, um sich zu diversifizieren. Bestimmt, ja. Also das heißt, du kamst hier an und wie schafft man es dann, von sozusagen zwei Milliarden Market Cap auf 50 zu kommen oder größere Eurende. Was war denn so die Entwicklung der letzten Jahre? Ich denke, wenn man sich die letzten Jahre anschaut, dann waren am wichtigsten eigentlich diese beiden Merger, die wir gemacht haben. Zuerst mit CSRV in 2014, das hat uns schon enorm nach vorne geholfen, denn danach waren wir eigentlich außer einem Jahr immer profitabel. 2017 haben wir dann nochmal nachgedoppelt mit den Merchern mit UAC. Damit haben wir eine Größe erreicht, die uns auch wettbewerbsfähig macht. Und wir hatten auch in den letzten Jahren, auch vor der Pandemie, hatten wir eigentlich schon ordentliche Ergebnisse und würden wir auch im Branchenvergleich zu zum Beispiel unseren dänischen Kollegen von Maersk oder die französischen Kollegen von CMA, waren wir eigentlich mindestens auf Augenhöhe. Also die Entwicklung war gut bis 2019, dann kam die Krise in 2020. Dann haben zuerst alle gedacht, jetzt gehen alle Redereien pleite, weil die Nachfrage ist dann ganz stark gesunken. Aber dann kam natürlich dieser ganz unerwartete Boom, weil alle, die von zu Hause gearbeitet haben, plötzlich neue Möbel brauchten und und und. Und war die Nachfrage unglaublich stark ab Ende 2020 bis Mitte letztes Jahres und das hat zu diesem enormen Boom geführt. Okay, also du tust so, als sei es gar nicht dein Verdienst, dann sei es natürlich, dass es passiert. Wir haben sicher nicht alles falsch gemacht und auch deswegen standen wir in 2018, 2019 schon relativ gut da, auch kurz vor der Pandemie. So da haben wir sicher einiges richtig gemacht, wenn es geht um die beiden Merchern, insbesondere würde ich mal sagen mit CSV und UAC und auch sonst haben wir, glaube ich, uns modernisiert, digitalisiert und sind unter dem Strich, denke ich, auch ein Tick wettbewerbsfähiger geworden. Ist denn Schifffahrt seit den letzten Jahren so ein Konsolidierungsmarkt? Also man hört das bei dir raus, ihr habt da einen Merger gemacht, da gekauft, also die großen Redereien, kaufen die sich gerade alle gegenseitig? Ist das ein bisschen die Phase? In den letzten zehn Jahren ist schon einiges passiert, weil irgendwann nach der Krise, ich meine, du hast es schon 2014 angesprochen, damals gab es noch knapp 20 global tätige Redereien, aber seitdem sind sieben, acht sind verschwunden durch Merger. Wir haben da unser Teil dazu beigetragen, aber auch andere. Ich meine, CMA hat APL gekauft, Maersk hat Hamburg Süd gekauft, also ja, dann geht das irgendwann schnell, Hanjin ist pleite gegangen. Also man kann den Weltmarkt ja nach meiner Laienvorstellung ziemlich gut abschätzen, einfach anhand der Anzahl der Schiffe. Ein Schiff kann man nicht verstecken, also deswegen müsste man ja wissen, wie viele große Handelsschiffe gibt es denn eigentlich? So ganz genau weiß ich das auch nicht, ich weiß, die Flotte weltweit ist etwas über 20 Millionen TU, also messen wir das halt. Das sind die Container, ne? Das sind die Container, das sind 20-Foot-Equivalent-Units, so ein 40-Fuß-Container ist 2 TU und ich glaube, dass unterm Strich ist, die Durchschnittsgröße ist etwa zwischen 4.000 und 5.000 TU von aller Schiffe weltweit und das heißt, ich glaube insgesamt sind es so 6.000 Schiffe. 6.000 Schiffe, klingt jetzt eigentlich gar nicht so viel für die ganze Welt und all die Häfen, die es gibt und so, davon habt ihr dann wie viele? Wir haben ungefähr 250. Okay, also irgendwie 5% der weltweiten Handelsschlotte. Ja, wenn man sich dann anschaut, was bedeutet das über Kapazität, dann haben wir ungefähr 7,5%. Wenn wir unseren Marktanteil anschauen, sagen wir immer, wir sind nicht aktiv in Einfahrtgebiet oder kaum aktiv, das ist Intra-Asien und wenn man das mal nicht mitrechnet, haben wir weltweit so einen Marktanteil von rund um die 10%. Und wie läuft euer Geschäft? Also am Ende ist es ja, kann man sich das ja ziemlich einfach vorstellen, ihr verschifft Waren, egal was, von einem Hafen den nächsten und habt dann bestimmte Frachtrouten, die ihr macht, also Intra-Asien, sagst du, macht ihr nicht. Was ist eure stärkste Route? Ich glaube, am stärksten sind wir am Ende einige Fahrtgebiete, traditionell ist Harpag sehr stark zwischen Europa und Nordamerika, also auf den Transatlantik, aber auch seit den Merchern mit, insbesondere die chilenische Reederei sind wir auch sehr stark von und Richtung Lateinamerika und auch Indien, würde ich sagen, ist für uns ein Markt, wo wir uns über die Jahre sehr gut entwickelt haben. Wie läuft denn dann da Sales oder Business Development? Geht man halt hin und sucht nach Firmen, die neue Ware verschicken wollen und dann versucht man sich da als potenzieller Dienstleister anzubieten oder rufen die einen an oder wie geht das um Business? Ich meine, das ist so ein bisschen von allem. Ich meine, zuerst haben wir, wir haben grundsätzlich zwei Kundengruppen. Wir haben die Direktkunden, das sind so, sage ich mal, die Ikeas, die BMWs und so von dieser Welt, die buchen direkt bei uns. Dann gibt es auch viele Spediteuren. Ein Großteil von unserem Geschäft läuft über Spediteuren. Grundsätzlich würde ich mal sagen, ungefähr grob 35% sind Direktkunden, 65% läuft über Spediteure und dann haben wir auch noch das ganze Online-Kanal. Das war früher völlig unbedeutend, aber seit 2018 kann man tatsächlich auch online einfach eine Quotierung anfragen und buchen bei Hapag und das ist mittlerweile, ich glaube die letzte Seite, die ich gesehen habe, ist 25% oder 27% unseres Geschäftes, was natürlich sehr viel ist. Ich war ganz überrascht, wenn man auf eure Homepage sozusagen geht, dann ist da sofort so eine Maske direkt als Startseite und da habe ich das Gefühl, ich könnte da jetzt irgendwie einen Container schicken von, weiß ich nicht, Chile nach Hamburg oder umgekehrt. Also es scheint so ein bisschen so wie bei Ebay ungefähr. Ja, aber ist auch wirklich einfach. Bei uns heißt das dann Quick Quotes und man kann da einfach eine Rate anfragen von A nach B, wo auch immer man hin möchte und da kann man auch direkt danach buchen. Und ich meine, du hast vorher gesprochen über das ganze Thema Digitalisierung und Unicorns und, und, und. Aber ich meine, in irgendwelche Art und Weise ist das bei uns auch so. Weil ich meine, 2018 sind wir eigentlich gestartet und in 2020, glaube ich, hatten wir über diesen Online-Kanal 2 Milliarden Umsatz. Okay. Okay. Respekt, ne? Von wie viel Umsatz insgesamt? Wenn man damals, wenn man 2020 war das, ich glaube damals war es 15% von unserem Geschäft, so damals war unser gesamter Umsatz so ungefähr 15, 17 Milliarden. Und wie differenziert man sich in der Schifffahrt? Also ist das am Ende eine Frage der Zugänglichkeit? Also man muss halt über die Website einfach bei euch buchen können, verstehe ich schon. Dann nehme ich an, der Preis ist ein Riesenkriterium. Ist es dann die Zeit, wie schnell man was schafft oder die Sicherheit? Was ist so die Differenzierungsfaktoren? Ich glaube, wenn man, natürlich ist der Preis wichtig, ja, denn am Ende muss der Preis im Markt sein. Aber wenn man das Geschäft weiterentwickeln möchte und wenn man wachsen möchte mit Kunden, dann ist am Ende Qualität auch unglaublich wichtig. Es ist ein bisschen genauso, dass wenn du irgendwas privat kaufst und du hast zwei Möglichkeiten und die haben den gleichen Preis und bei der einen kriegst du einen guten Service und bei der anderen kriegst du keinen Service, ja, dann ist die Entscheidung meistens auch schnell getroffen. Und bei der Schifffahrt ist es einfach nicht anders. Wir sehen das jetzt gerade. Jetzt ist der Markt wieder deutlich schwächer. Ich glaube, wir haben grundsätzlich, liefern wir eine gute Qualität, obwohl bei uns natürlich auch manchmal das eine oder andere schief geht. Aber deswegen spürt man jetzt auch die Loyalität von den Kunden und kümmern wir auch deswegen auch in einem schwachen Markt noch immer eine relativ gute Performance. Wenn du sagst, gute Qualität oder es geht was schief, also was heißt es jetzt für einen Leiden? Also heißt es einfach, dass man pünktlich liefert oder dass irgendwie Sachen kaputt gehen oder was ist sozusagen Qualität? Natürlich ist pünktliche Lieferung super wichtig. Das war über die letzten Jahre unheimlich schwierig, ja, weil wegen aller Staus, die es gab rund um Häfen und Störungen wegen Covid, aber dazu geht es auch um einfache Sachen. Wenn man bei uns anruft, muss man das Telefon abnehmen und wenn wir ein E-Mails schicken, dann muss man auch versuchen zügig zu antworten. Und das sind Sachen, die hören sich alle sehr selbstverständlich an, aber wir wissen alle, dass manchmal solche Sachen nicht so einfach sind. Und ich glaube gerade in dem Bereich und auch wenn es geht um, stellen wir die richtigen Rechnungen, stellen wir die richtigen Dokumente pünktlich zur Verfügung und und und, da haben wir über die letzten Jahre wirklich große Fortschritte gemacht und das sieht man auch, wenn man sich das Feedback von den Kunden anschaut. Was ist denn überwiegend in euren Containern drin? Also was wird denn hauptsächlich von euch transportiert? Ich würde so sagen ungefähr alles, ja. Ich meine, es hängt auch ein bisschen davon ab, von wo es herkommt, aber das geht wirklich von Möbel zu Kleidung, zu Chemikalien, zu Wasser, auch Getreide oder alles, ja. Ich meine, da kann man viel Gemüse, ja, allerhande Sachen, ja. Und was kostet mich jetzt so ein Container, wenn ich den jetzt von hier aus, sagen wir mal, nach irgendwie Rio de Janeiro fahren lassen möchte? Das würde ich jetzt so aus dem Kopf nicht wissen, ja, aber unterm Strich, wenn du mal, wenn du dich die großen Routen anschaust, dann siehst du, dass, sag ich mal, zwischen Asien und Europa, ja, wirst du im Normalfall immer einen Container buchen können von irgendwo 2.000 Dollar oder etwas weniger, ja. Und das ist natürlich für einen 40-Fuß-Container, ja, in dem man relativ viel transportieren kann, ist das pro Tonne wirklich relativ wenig. Und deswegen hat das ganze Containergeschäft sich über Jahre auch so gut entwickelt. Unterm Strich ist es einfach eine sehr effiziente Transportmodalität. Bist du eigentlich schon mal selber mitgefahren auf so einem Schiff, auf so einer Route? Bitte. Ich war schon oft auf die Schiffe, aber ich war noch nie mitgefahren. Okay, aber ihr habt ja ungefähr 15.000 Mitarbeiter, ne? Sind davon der Großteil am Ende die auf den Schiffen oder sind das Leute im Büro? Nein, am Großteil sind das dann doch mehr Leute, die im Büro sind, ja, weil wir haben Büro, sind etwa 135 Länder und die ganze Abarbeitung, den Vertrieb, das kostet, dafür braucht man einfach viele Leute, auch wenn es immer effizienter geworden ist über die Jahre. Und dazu haben wir natürlich auch die Leute an Bord der Schiffe, aber man kann es einfach mal hochrechnen, 250 Schiffe, im Schnitz haben wir da 25 Leute ungefähr an Bord. Also die klassischen Seeleute? Ja. Und sind das meistens Deutsche oder sind das Leute aus irgendwelchen Ländern, wo die Schiffe haben? Wenn es geht um die Offiziere und die Kapitäne, dann sind das sehr viele Europäer, wir haben auch immer noch sehr viele Schiffe unter deutscher Flagge, ja, aber die Crews, die kommen auch aus Indien, Philippinen und, und, und. Und das ist dann einfach, weil die am Ende das auch für weniger Geld machen, logischerweise? Ich meine, das ist, am Ende hast du unterschiedliche Jobs und für einige Jobs findest du hier auch in Europa nicht viele Leute, die das tatsächlich machen möchten, weil man ist natürlich auch lange, lange weg von zu Hause, ja, und da siehst du, dass es gibt einfach gewisse Länder, wo es viele Leute gibt, die das trotzdem gerne machen und da sind, da sind zum Beispiel die Philippinen und Indien sind, Inder sind da, ja, da sind viele davon. Und sag mal, mit der Flagge, wovon hängt das ab, ob man ein Schiff unter deutscher Flagge fahren lässt oder unter anderen Flaggen? Also ich verfolge das auch als Laie und denke mir immer, hat das steuerliche Gründe, was für Gründe hat das? Ich meine, wir haben uns immer, ich meine, wir sind eine deutsche Reederei und wir haben uns immer bekannt für die deutsche Flagge, weil wir auch glauben, dass es wichtig ist, dass die Schiffe tatsächlich nach wie vor stark ist, auch in Europa und auch deswegen haben wir immer, wir haben ungefähr 100 eigene Schiffe und davon ist etwas weniger als die Hälfte eigentlich immer unter deutscher Flagge und das bedeutet auch, dass wir viele deutsche Seeleute ausbilden und auch in, wenn es geht insbesondere um unsere Offiziere, da auch noch immer sehr viele deutsche Damen und damit sind wir auch happy, weil das passt auch zu unserer Image, wo wir sagen, wir sind Qualitätscarrier und das tragt auch wirklich dazu bei. Und sag mal, so ein neues Schiff zu kaufen, ist das, was kostet so ein Schiff, wenn man die Flagge, die die Flotte erweitert? Das ist ja schon immer... Das hängt natürlich ein bisschen von der Größe ab, aber wenn ich mal zurückschaue, wir haben jetzt vor, in 2020, 2021 haben wir neue Schiffe gekauft, teilweise von bis zu 24.000 TU und dafür zahlt man dann eben, in unserem Fall haben wir da etwa 165 Millionen Dollar gezahlt. Für ein Schiff? Für ein Schiff, ja. Das überlebt mir schon länger, ob man so eins braucht oder nicht. Das überlebt mir schon ein bisschen länger, ob man so eins braucht oder nicht, ja. Und was machen die Schiffe, wenn ihr sie nicht braucht? Ich meine, dann kaufe ich sie nicht, ja. Aber wenn du welche hast, ich meine, wenn das so zyklisch ist, dass dann auch auf einmal... Manchmal, ich meine, da kann man, da können wir auch ein bisschen atmen, weil ich meine, wir haben etwas über 100 eigene Schiffe, aber dazu mieten oder charten wir auch noch Schiffe, denn insgesamt ist unsere Flotte, sage ich mal, 250, davon 115, glaube ich, ungefähr eigene Schiffe, den Rest mieten wir, ja, um es mal so zu sagen. Und das bedeutet auch, dass wenn es mal weniger Nachfrage gibt, dann würde man einige von diese gemieteten Schiffe einfach zurückliefern, denn das ist eigentlich die Flexibilität, die man hat. Und wie lange ist ein Schiff haltbar dann? Also wie lange kann das dann für euch fahren? Ich meine, ein Schiff kann, wenn man ein neues Schiff kauft, muss man davon ausgehen, dass man das ungefähr für 25 Jahre nutzt. Okay, das heißt, ihr sitzt dann wirklich auch hier am Rechner und macht so Kalkulationen, sagt, okay, auf der Route, da ist die Nachfrage so stark, da könnten wir noch so ein Schiff gebrauchen. Man gibt es in Auftrag, dann dauert es ein paar Jahre oder bis es dann kommt? Ja, ich meine, wenn es so einfach wäre, wäre es besser. Aber am Ende ist es so, man muss eine Entscheidung treffen, wo glauben wir, dass es mittelfristig hingeht. Den Markt kann man auf ein, zwei Jahre einfach sehr schwierig einschätzen und man muss einfach das Glauben haben, dass über die nächsten 20, 25 Jahre man gewisse Schiffe braucht. Man muss die Flotte auch modernisieren, denn ein Schiff, was man heutzutage braucht, verbraucht auch super, verbraucht auch deutlich weniger Treibstoff als ein Schiff, was, sage ich mal, 20 Jahre alt ist und auch deswegen muss man erneuern, denn die neuen Schiffe sind unter dem Strich auch billiger und effizienter. Hast du eigentlich verfolgt, dass es mittlerweile neuen Schiffstreibstoff geben soll, so auf Metanolbars, da gibt es so verschiedenste neue Startups, irgendwie C1 heißt eines, da hat sogar, glaube ich, Maersk, euer Wettbewerber hat da investiert, der Kollege, der Gründer war vor kurzem im Podcast. Guckst du dir sowas an, also die ganzen Nachhaltigkeitsbestrebungen in der Branche? Ja, ich meine, für uns ist es auch, das ist eine von unseren vier Hauptthemen, wenn es geht um unsere Strategie, aber man soll auch nicht vergessen, dass obwohl manchmal nicht so positiv geredet wird über die Schifffahrt, wenn man tatsächlich sich mal anschaut, was sind die Emissionen pro transportierte Ladungseinheit, ist die Schifffahrt eigentlich relativ grün. Nichtsdestotrotz müssen auch wir unsere Emissionen stark reduzieren und irgendwann müssen wir auf Null kommen. Da sind Treibstoffe natürlich unglaublich wichtig, aber es ist nicht das Einzige, weil am Ende sind heutzutage diese grünen Treibstoffe noch nicht in großen Mengen stehen, die einfach nicht zur Verfügung und das wird voraussichtlich auch noch 10 oder 20 Jahre dauern und das bedeutet, dass wir auch heute noch auf Effizienz setzen müssen und dazu allerhande Maßnahmen treffen, um sicherzustellen, dass wir am Ende weniger Treibstoff brauchen und wir nutzen zum Beispiel auch Biofuel, was uns auch hilft, um die Emissionen zu reduzieren und unsere neuen Schiffe, die wir gebaut haben, können auch auf Flüssiggas fahren. Kann man denn so Schiffe einfach umrüsten oder muss man, wenn man neue Motoren braucht, einfach ein neues Schiff bauen? Umrüsten ist schwierig. Vor einigen Jahren haben wir mal ein Schiff umgerüstet von einem traditionellen Treibstoff auf LNG. Im Nachhinein war das so teuer, dass man das nie wieder machen wird. Ich glaube aber schon, dass bei einigen von diesen neuen Treibstoffen, insbesondere wenn es geht um Methanol, müsste es technisch eigentlich möglich sein, die Schiffe umzurüsten gegen einen einigermaßen akzeptablen Kosten. Wobei ich fairerweise sagen muss, ich bin davon überzeugt, aber wenn ich das unsere Techniker sage, dann sagen die, dass ich das nie sage. Und andere Innovationen, ich habe vor Jahren schon mal so Bilder gesehen von so Schiffen mit so großen Segeln, also so eine Art Fallschirmen, die dann davor hängen, dass die sozusagen auf offene Meer dann halt nicht nur vom Motor betrieben werden, sondern auch richtig vom Wind gezogen werden und sowas. Ja, das wäre toll, wenn das funktionieren würde. Und ich würde auch sagen, wir studieren gerade auch für den einen oder anderen Dienst, ob es Möglichkeit gibt, etwas mit Wind zu tun. Tatsächlich normale Segel wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Dafür sind die Schiffe einfach zu groß und zu schwer und liefert es einen zu kleinen Beitrag. Und man soll auch nicht vergessen, auch wenn alle immer reden über Slowsteaming, fahren die Schiffe immer noch mit etwa 16 Knoten oder sowas. Und das bedeutet auch, dass Wind nicht immer sehr viel helfen würde. Okay. Was heißt für euch, um aktuell die Branche nachhaltiger zu machen, heißt es, diese Entwicklung im Treibstoff zu beobachten. Die Schiffe effizienter zu machen, heißt es, noch besser zu beladen, dass man halt weniger fahren muss und mehr auf ein Schiff drauf passt? Das ist eine Kombination. Ich meine, wir haben auch allerhande technische Möglichkeiten, um die Schiffe effizienter zu machen. Ich meine, wir haben gerade letztes Jahr ein Programm angestoßen, das heißt uns Flottenverbesserungsprogramm. Da stecken wir nochmal 600, 700 Millionen drin. Und für diese 600, 700 Millionen, damit hoffen wir in zwei, drei Jahren 7 bis 9 Prozent Treibstoff zu sparen. Da kannst du sagen, das ist nur 7 bis 9 Prozent. Aber trotzdem, das ist fast ein Zehntel, von was wir nutzen. Und wenn wir weniger Treibstoff brauchen, werden wir auch früher in der Lage sein, das zu ersetzen mit grünen Treibstoffen. Und Biofuel zum Beispiel liefert auch einen Beitrag von, ich setze mal, dass wir dieses Jahr 5 bis 7 Prozent von unserem Gesamttreibstoff wird Biofuel sein. Und wenn man die beide dann zusammenrechnet, ist man auch wieder bei 15 Prozent. Ist Treibstoff eure wichtige Kostenposition bei euch? Also wenn man guckt, der Umsatz kommt über die Frachtraten logischerweise, also das, was ihr euren Kunden in Rechnung stellt, aber was sind eure Kosten? Also es ist die Abschreibung auf die Schiffe wahrscheinlich. Was ist noch? Ich meine, es ist Abschreibung über die Schiffe. Es ist tatsächlich Treibstoff. Es sind auch die Handlingkosten in den Hafen. Es sind auch die Inlandverkehre. Und dann ist es natürlich auch IT und Personal. Hast du dir mal angeschaut, das ist ja eine große Diskussion, nach Kindern Sachen zu kompensieren. Also sozusagen, wir machen ein Festival, da überlegen wir jetzt auch, Kompensation, ja oder nein, vermute ich bei euch auch ein Thema. Macht ihr sowas oder habt ihr euch den Bus gegen entschieden? Ich glaube, unser Ansatz am Moment ist eher zu versuchen, die Emissionen zu reduzieren. Und dazu für diese Effizienzprogramme, dazu für LNG, da hilft Biofuel. Und wir werden auch grüne Produkte auf den Markt bringen. Die Möglichkeit hat man bei uns auch, um solche Produkte zu kaufen. Tatsächlich, das Offsetting, das machen wir nicht, weil wir glauben, dass es am Ende wichtiger ist, die Emissionen zu reduzieren, als nur zu sagen, okay, dann habe ich sie in die Buchhaltung neutralisiert. Denn am Ende ist unser Ausstoß immer noch groß, in absoluten Tonnen. Und wir müssen das einfach reduzieren. Wenn man jetzt so viel Ergebnis gemacht hat, das kann man ja nachlesen, also im Spitzenjahr 2022 waren es, glaube ich, 18 Milliarden. Also, dass ein Ergebnis übrig geblieben ist. Bei manchen ist es der Umsatz, bei manchen ist es der Firmenwert. Bei euch ist es das Ergebnis eines Jahres. Woran investiert ihr das? Wir haben Teile, haben wir natürlich auch unsere Aktionäre zurückgezahlt, denn wir zahlen auch eine sehr ordentliche Dividende. Wir haben aber auch über die letzten Jahre viel investiert, zum Beispiel in modernere Schiffe. Ja, insgesamt haben wir 22 neue Schiffe bestellt. Ich meine, das ist schon ein großes Commitment, wenn es geht um Kapital. Wir haben auch sehr viele Container kaufen müssen, denn insbesondere während der Pandemie hat es immer sehr lange gedauert, bevor man tatsächlich einen Container zurückkriegt. So, um die gleiche Menge dann zu transportieren, braucht man viel mehr Container. Wir haben etwa eine halbe Million zusätzliche Boxen gekauft und wir haben auch investiert in Häfen, denn was wir schon lange wissen, aber in der Pandemie nochmal extra gelernt haben, dass es sehr wichtig ist, dass man auch Zugriff hat auf Kapazität oder dass man im Hafen reinkommt, um tatsächlich die Boxen zu laden und entladen. Und deswegen haben wir auch in Häfen investiert, teilweise hier in Deutschland, aber auch zum Beispiel in Marokko, in Ägypten, in Südamerika und in Indien. Das heißt, ein bisschen die Wertschöpfungskette verlängert, also weil Hafenlogistik, die ihr dann kauft, das ist ja sozusagen eine Wertschöpfungsstufe, die ihr dann schon anschließt an eurer. Ja, und die Gedanke dahinter ist einfach, dass man deswegen in der Lage ist, ein besseres Produkt am Kunden anzubieten. Ja, und wir sehen das auch hier in Hamburg zum Beispiel, weil wir haben seit langem eine Beteiligung in den Container-Terminal Altenwerder und das hilft uns einfach enorm, unsere Position hier in Deutschland zu behalten und weiter zu stärken und auch eine gute Anbindung zu haben, zum Beispiel zu der Bahn. Man hört jetzt ja immer viel von so De-Globalisierung und dass das alles ein bisschen rückläufig sei aufgrund der ganzen geopolitischen Probleme mit Russland und China und so. Merkt ihr das schon, dass einfach der Handel sich reduziert oder dass einfach nicht mehr so viel zwischen den betroffenen Ländern hin und her gefahren wird? Ich glaube es nicht. In meinem Moment ist die Nachfrage schwach, ja, über die letzten vier, fünf Monate, aber ich glaube, das ist eher eine Korrektur, denn man hört auch überall, dass über die letzten Jahre die Lager sich wirklich gefüllt haben, ja, in viele Länder und das muss man irgendwann auch wieder abbauen und deswegen ist heutzutage die Nachfrage weniger stark. Was ich schon glaube, ist, dass nach der Pandemie viele Unternehmen sich mal gut drüber nachdenken, wie möchte ich eigentlich meine Lieferketten organisieren und vielleicht möchte ich nicht nur abhängig sein von China, aber vielleicht einen Teil von meiner Ware auch aus der Türkei oder aus Indien oder aus Vietnam holen und ich glaube, das ist eher die Veränderung, die man sieht. Ob man tatsächlich in der Zukunft alles hier in Deutschland vor Ort produziert, das darf ich zu bezweifeln. Ich meine, wenn ihr jetzt neue Schiffe bestellt, im größeren Stil, das hast du gerade beschrieben, dann macht ihr das ja nicht nur, weil das Geld da ist, sondern auch, weil du ja offensichtlich glaubst, dass man noch mehr Schiffe braucht, also das ist ja schon eine klare Vermutung, dass der Handel sich weiter ausweitet. Ja, wobei teilweise, das ist teilweise zwar ein bisschen Wachstum, aber es ist hauptsächlich auch das, weil wir alte Schiffe ersetzen müssen. Ich meine, wir haben so langsam auch gegen die 20 Schiffe, die ihre 25 Jahre nähern und das bedeutet auch, dass man die irgendwann rausnehmen muss. Das hilft einerseits, weil wir brauchen dann weniger Treibstoffe. Andererseits hilft es uns auch, weil deswegen auch die Stückkosten dann weiter senken werden. Wart ihr eigentlich betroffen bei diesem berühmten Vorfall jetzt während der Pandemie? Es hat doch im Suezkanal dieses Ever Given, dieses Schiff sozusagen verkeilt. Waren denn auch Schiffe von euch, die da in der Schlange standen? Klar, ja, wir hatten auch Schiffe in der Schlange. Am Ende hat das sechs Tage gedauert, war natürlich sehr präsent in der Presse, aber fairerweise glaube ich nicht, dass so ein Vorfall, das wurde zwar sehr intensiv diskutiert, aber das hat nur einen sehr kleinen Beitrag, ja, das hat nur einen sehr kleinen Beitrag zu den Zerstörungen in die globalen Lieferketten, denn so eine sechs Tage Verzögerung, die kann man halt in ein, zwei Monaten, ja, kann man das wieder lösen. Okay, das heißt, die größere Lieferkettenzerstörung ist dadurch entstanden, dass die Häfen gar nicht benutzt werden durften, glaube ich, in China und so, oder? Ich meine, die Häfen durften schon benutzt werden, aber was man schon gesehen hat während der Pandemie, war, dass insbesondere die Produktivität runtergegangen ist. Und das kann ich auch nachvollziehen, denn in vielen Häfen gab es allerhande zusätzliche Regeln über was man machen darf und was man nicht machen darf, auch wegen aller Quarantäne-Regeln stand natürlich weniger Personal zur Verfügung, also deswegen ist die Kapazität von den Häfen in der Praxis runtergegangen, ja, und wenn die Kapazität runtergeht, okay, dann kriegt man Staus, wenn das Angebot grundsätzlich das Gleiche bleibt. Es ist auch kein Zufall, dass die Staus sich aufgelöst haben, ja, relativ zügig, nachdem diese Covid-bedingten Einschränkungen nicht mehr da waren. Ist denn jetzt sozusagen der Handel wieder normal, sozusagen wie vor der Pandemie? Würde ich schon sagen, ja. Und du glaubst auch, dass er in den nächsten Jahren auf dem Niveau bleibt, also nicht stärker wird, es gibt dann kein Wachstum im Welthandel, aber es gibt auch keine drastische Reduktion? Ich glaube schon, dass es noch Wachstum geben wird, ich glaube nach wie vor daran, dass der Trend ist, dass die Welthandel sich so ungefähr mit dem Global GDP hier entwickelt und wenn die Weltwirtschaft jedes Jahr 3% wachst, glaube ich schon, dass im Schnitt auch, dass die Containerverkehre mit vielleicht 2% wachsen werden. Das ist ein Trend, die haben wir schon sehr lange und manchmal, wenn es dann eine Krise gibt, dann gibt es davon eine Abweichung, aber der Trend an sich ist, glaube ich, noch immer da. Wird das nur Wachstum aus China sein? Nein, wahrscheinlich eher nicht, wahrscheinlich kommt das eher irgendwo anders her, aber unterm Strich, Länder wie Indien und Afrika und auch Südamerika, das wird weiter wachsen. Also wenn man eure Akquisitionen oder eure Partnerschaften, die ihr in den letzten Monaten und Jahren so geschlossen habt, sieht, dann hat man das Gefühl, ihr setzt sehr stark auf Afrika. Also da gibt es so neue, könnt ihr mal ein bisschen recherchieren, so neue Übernahmen, glaube ich, Afrika Handelsgesellschaft oder solche Unternehmen, die ihr jetzt dazugenommen habt. Ich meine, Afrika ist sicher ein Thema. Wir haben da jetzt zwei kleinere Redereien übernommen über die letzten zwei Jahre. Wir glauben auch daran, dass das ein Markt ist, die über die nächsten 10, 20 Jahre überdurchschnittlich wachsen wird und deswegen müssen wir auch sicherstellen, dass wir da eine gewisse Position haben. Indien ist für uns auch sehr wichtig. Wenn man sich anschaut, was wir investiert haben in Afrika und in Indien, haben wir unterm Strich mehr in Indien investiert, außer in Afrika. Der Markt ist natürlich auch größer, aber der hat auch ein unheimliches Wachstumsbrunnen. Wenn man sich die Größe von Indien anschaut heutzutage und man vergleicht das mal mit China vor, dann sind beide Länder, in China hat man 1,3 Milliarden Menschen, in Indien hat man glaube ich 1,6 oder 1,7, abhängig von welcher Statistik man glaubt. Aber das Containervolumen in China ist, glaube ich, viermal oder fünfmal so groß wie Indien. Und das bedeutet nicht, dass Indien unbedingt auch viermal so viel wird, aber dass es sich verdoppelt oder verdreifacht wie die nächsten 20 Jahre, das glaube ich schon. Und sag mal, dieses tolle Ergebnis, von der auch hier Hamburg am Ende als Stadt profitiert und Steuerzahler und alle möglichen, das kommt dann zustande, weil die Nachfrage so stark gewesen ist während der Pandemie, dass ihr dann sagt, okay, dann erhöhen wir halt die Preise. Wie das halt im Markt ist, Angebot und Nachfrage, dann konntet ihr die Preise in der Phase oder für ein paar Jahre so erhöhen, dass eure Marge dann so stark war, dass man auf einmal 18 Milliarden übrig hatte. Unterm Strich ja, wobei wir natürlich auch nicht die Raten für alle erhöht haben. Ich meine, es wird sehr oft darüber gesprochen, dass Container zehn oder zwanzigmal so teuer waren als vorher. Ich glaube, das ist nicht ganz fair. Ich glaube, auf dem Peak war bei uns die Durchschnittsrate so ungefähr 2,5 mal so hoch wie vor der Pandemie, wobei man auch nicht vergessen soll, dass die Kosten auch nochmal mit 25, 30 Prozent gestiegen sind. Und heutzutage sind wir wieder zurück in vielen Fällen auf das Radniveau von vor der Pandemie, was mit erhöhten Kosten schon ein kleines Problem ist. Ich meine, für die Leistung, die du da jetzt unternehmerisch oder wirtschaftlich erbringst, kann man ja auch nachlesen, bist du ja auch noch relativ, sagen wir mal, normal bezahlt eigentlich. Ich meine, wenn du jetzt Investmentbanker wärst, besonders Wertentwicklung, dann müsstest du ja selber hunderte von Millionen verdienen. Ja, aber ich bin kein Investmentbanker und ich bin auch sehr zufrieden mit meinem Job bei HAPA und bin ja auch der Meinung, dass man dafür eigentlich sehr gut gezahlt wird. Okay. Also auch im Vergleich zu DAX-Konzernen oder sowas, ich hatte mir jetzt angeguckt, die zahlen, das brauche ich auch alles öffentlich. Es ist natürlich ein tolles Gehalt, klar, für einen normalen Bürger, aber für jemanden, der jetzt so ein Ergebnis hat. Der Herr Kühner, der verdient schon ein bisschen mehr. Ja, das stimmt, aber dafür hat er auch das Risiko genommen, weil ich meine, das muss man unserer Anteilseiten auch schon wirklich nachgeben. Alle reden jetzt über die Rendite, die die kriegen, über die Dividende, aber fairerweise waren die auch da in Zeiten, dass es hier schwierig war. Wir haben vorher schon gesprochen über 2014, 2015, 2016. Da haben die dreimal Geld ins Unternehmen investiert, obwohl nicht viele daran geglaubt haben, dass die irgendwann etwas davon zurückkriegen. Von daher, glaube ich, muss man sowas immer einfach nur auf etwas Individuelles zu kommentieren, aber über längere Zeit waren die auch da und ja, die kriegen jetzt auch eine sehr vernünftige Rendite. Das kann man, glaube ich, so sagen. Bist du da mit dem Herrn Kühner auch selber persönlich im Austausch oder macht das dann jemand aus seinem Unternehmen oder habt ihr ab und zu persönlich Kontakt? Ich meine, Herr Kühner treffe ich vielleicht so viermal im Jahr und dann meistens über ein Frühstück oder irgendwas und weil er es einfach wirklich interessiert und man muss auch sagen, dass bei die wichtigen strategischen Entscheidungen, die wir über die letzten zehn Jahre getroffen haben, hat er uns auch immer unterstützt. Ich meine, generell, es gibt ja in der Schifffahrt auch wirklich Unternehmerpersönlichkeiten. Das ist unfassbar. Also ich bin da Laie, ich gucke es dir da fern an. Es gibt, glaube ich, in Italien eine große Rederei, die ist zu 100 Prozent in Familienbesitz und ähnlich groß wie ihr. Ich meine, wahrscheinlich redest du über MSC und die Aponte-Familie. Ich meine, die sind angesiedelt in Genf. Ich meine, die sind ursprünglich Italiener, aber das Unternehmen ist angesessen in Genf. Mittlerweile sind die die größte Rederei der Welt. Die sind nochmal deutlich größer als Hapak. Und man muss dafür auch Respekt haben. Ich meine, die Aponte-Familie hat das auch von über 50 Jahren, haben die das aufgebaut von nichts. Und heutzutage sind die die größte Rederei der Welt. Da kann man sich ja vorstellen, wenn man jetzt euer Ergebnis hört, was die da in den letzten Jahren für Ergebnisse haben, dafür, dass das Unternehmen denen halt einfach als Familie gehört, das, finde ich, spricht gar keiner drüber. Weil man wundert sich immer, dass es Leute gibt, die Anteile halten an Digitalfirmen, die dann irgendwie 10 Milliarden wert sind. Wenn man die Familie verdient in einem Jahr 30 Milliarden Ergebnis, es gibt direkt eine Familientasche. Wobei, ich glaube, was man meistens sieht bei solchen Familien, die lassen das Geld im Unternehmen, weil die versuchen damit wieder zu investieren und das Geschäft weiterzuentwickeln. Und man soll auch nicht vergessen, dass die gleichen Familien haben es auch sehr, sehr schwer gehabt während etlichen Krisen. Denn für die war am Anfang der Pandemie gab es natürlich auch riesen Unsicherheit. Und ja, jetzt hat man auch ein Ding Glück gehabt, muss man fairerweise sagen. Und was man heute sieht bei Familienunternehmen, im Gegensatz zu Mersk oder Habak-Leuters, dass das meiste, was da verdient wird, geht einfach nicht zu den Anteileignern, aber geht einfach zurück ins Unternehmen. Und über die letzten Jahre, das sieht man bei CMA und die Sadi-Familie oder MSC, die Aponte-Familie, haben einfach sehr, sehr viel investiert, um das Geschäft weiter zu stärken. Das heißt, die haben auch während der Krise daran geglaubt, neue Schiffe bestellt, die Flotze ausgeweitet, Firmen übernommen, als das keiner gemacht hätte. Ich meine, die gehen da einfach, die sind da einfach deutlich, die investieren da deutlich mehr. Ich meine, MSC hat, glaube ich, mittlerweile etwa 300 zusätzliche Schiffe gekauft und dazu auch noch etliche neue bestellt und auch CMA hat richtig investiert, aber manchmal auch in andere Sachen. Ja, und so ist das einfach. Und sagen wir mal, die Wertschöpfungskette noch weiter zu erweitern, dass man irgendwie in Fluglinien oder in Speditionen geht, ist das für euch ein Thema? Für uns eigentlich nicht. Fairerweise, wir glauben nicht daran, dass die Spedition etwas ist für eine Reederei und die Synergien mit Luftfahrt sehe ich eigentlich auch nicht. Ich weiß, dass einige von unseren Kollegen machen das oder haben das gemacht und ich bin auch mal gespannt, wie das ausgeht. Irgendwie ist es für den Markt und für die Kunden auch spannend, dass nicht alle die gleiche Strategie haben. Und noch mehr in Digital zu investieren, also sozusagen Handelsplattformen zu bauen. Also ich hatte vor kurzem jemanden von Forto oder den Gründer von Forto, kennst du vielleicht auch ein deutsches Unicorn, also eine Firma, über die man dann Digitalhandel abwickeln kann und die so Speditionen dann anschließt. Also am Ende ist es eine Webplattform. So etwas zu machen, ist es für euch noch mehr in die Digitalwelt reinzugehen? Wir gehen schon mehr in die Digitalwelt rein. Wenn man sich anschaut, was wir an digitalen Tools haben, dann hat sich das auch sehr stark entwickelt über die letzten Jahre. Auch wenn wir schauen, wie viele Mitarbeiter wir haben im IT-Bereich. Das hat sich auch stark entwickelt. Wir haben auch ein Joint Fancy in Indien mit den IT-Unternehmen. Wir haben ein anderes IT-Unternehmen gekauft in Indien. Wir haben zusätzliche Leute eingestellt hier in Hamburg, aber auch in Polen und in Indien. So von daher, wir machen auch immer mehr. Ja, weil IT oder Digitalisierung, das muss einfach, auch in der Schifffahrt, auch wenn es eine sehr traditionelle Branche ist. Und das sieht man auch. Ich meine, gestern war ich auf einer Veranstaltung und da wurde darüber gesprochen und gesagt, okay, hier gibt es ein Unternehmen, die hat die Produktivität so enorm gesteigert über die letzten 25 Jahre, die hat das vervierfacht. Da habe ich mir mal angeschaut, okay, wie ist das eigentlich bei uns, zufälligerweise gestern Abend. Und dann sieht man, bei uns hat die Produktivität sich auch vervierfacht über die letzten 25 Jahre. Und das ist 90 Prozent Digitalisierung. Was ist das denn zum Beispiel konkret, also woran investiert ihr denn? Also was ist dann, ich meine, ich kann ja nur das von außen sehen, dass man dann online buchen kann bei euch, aber es gibt ja im Hintergrund wahrscheinlich ganz viele Prozesse. Ich meine, diese ganzen Prozesse, die kann man, und da haben wir immer noch viel Arbeit vor uns, aber die kann man alle fast digitalisieren. Das Quotierungsprozess, das Buchungsprozess, die Dokumentation, Rechnungsstellung, Abrechnung, Payment Solutions, Track-in-Tracing. Es gibt so viele Sachen, die man automatisieren kann. Und das tun wir auch da, wo das möglich ist. Und deswegen sind wir jetzt heutzutage auch in der Lage, eine deutlich höhere Produktivität zu liefern, als es noch vor 25 Jahren war. Trotzdem, manchmal, wenn man so als normaler Medienkonsument über Schifffahrt liest, dann wundert man sich, dass es noch Sachen gibt, wo man dachte, die sind seit 100 Jahren tot. Zum Beispiel Piraten. Also es gibt ja da in Somalia dann immer wieder die Nachrichten, dass da irgendwie Schiffe überfallen werden, wirklich so von Piraten. War das bei euch auch schon mal der Fall? Im Grunde genommen sprechen wir über das Thema nicht, aber es ist schon so, dass das ganze Thema, sage ich mal, Sicherheit für unsere Crews an Bord der Schiffe ist für uns auch ein großes Thema. Ja, und das ist nicht trivial, ja, und am Ende haben wir da eine Verantwortung, um das zu tun, was wir können, um unsere Leute zu schützen und das tun wir auch. Und wir sind so genau wie alle anderen nicht immun, ja, für solche Sachen. Und du hast recht, solche Sachen passieren leider noch immer. Das heißt, auch bei euch, du kriegst ab und zu einen Anruf und dann hörst du, da ist ein Schiff überfallen worden. So ist es nicht, ich meine, aber ich sage nur, man muss sehr viele Vorsorgen treffen, um sicherzustellen, dass die Crews nach wie vor in Sicherheit bleiben. Und da kann man nie ausreichend tun. Und das ist ein Thema, das beschäftigt uns schon sehr. Gibt es denn bei euch, also ich stelle mir das vor, eine Karte bei dir im Büro oder ein Interface, wo du sehen kannst, wo eure ganzen Schiffe alle gerade so sind? Ja, das kann ich. Ich meine, ich kann da einloggen und schauen, wo unsere Schiffe sind. Und fairerweise tue ich das fast nie, ja, weil mir bringt das nicht so viel, muss ich ehrlich sagen, ob ich jetzt weiß, ob ein Schiff jetzt gerade vor Antwerpen liegt oder für Rotterdam. Ich meine, das ist zwar schön, ja, sieht wahrscheinlich schön aus auf dem Bildschirm, aber ich mache damit eher weniger. Das ist aber Arbeit, die unsere Kollegen im OBS-Bereich oder im Netzwerkteam, die beschäftigen sich damit natürlich sehr. Welcher Hafen ist für euch der wichtigste? Ich würde sagen, wahrscheinlich nach wie vor Hamburg für uns sehr, sehr wichtig, aber in Europa auch zum Beispiel, auch Rotterdam ist eine unglaublich wichtige Drehscheibe für uns. Okay, und dann Hafen in Südamerika und dann USA danach? Ja, ich meine, und auch in Asien, in Asien hast du natürlich immer Shanghai, du hast Singapur für uns unheimlich wichtig, Jebel Ali zum Beispiel für uns auch wichtig, Tanger ist für uns wichtig, in Italien, Genoa, in Amerika, New York, aber auch Ärzte. LA Long Beach, Vancouver, in Südamerika, Cartagena, Santos, San Antonio, ja, so. Kennst du die Heft alle? Nein, aber es gibt, ich meine, wir laufen so 600 Häfen, ja, in der Woche an, ja, aber es gibt natürlich etliche Häfen, die für uns wichtiger sind, weil die für uns so eine Drehscheibe sind. Das ist Hamburg, das ist Rotterdam, das ist Tanger, das ist Cartagena, das ist New York, das geht weg, ja. Ist denn Hamburg, also ich verfolge natürlich als Hamburger, dass in der Stadt sehr viel darüber diskutiert wird, aber viele werden das gar nichts mitbekommen, aber für Deutschland ist ja Hamburg schon der wichtigste Hafen und hat der Hafen eine Zukunft, also würdest du sagen, oder es gibt ja hier Diskussionen über die Elbvertiefung, die vielleicht sein müsste oder die Modernität des Hafens, also ich finde das nochmal für Laien, ist das generell, bist du da positiv oder negativ auf den Hafen? Ich glaube, der Hafen hat schon eine Zukunft, ja. Ich glaube aber auch, dass es wichtig ist, dass man tatsächlich realistisch ist, über was möglich ist. Ich meine, vor 10 oder 15 Jahren haben wir noch gesprochen über einen Hafen mit 25 Millionen und TU oder sowas, das wird es aus meiner Sicht in Hamburg nicht geben, ja, denn dafür hat man einfach geografisch einiges der Nachteile gegenüber in Rotterdam oder Antwerpen, ja. Und auf Dauer wird das auch so sein, dass mehr Ladung im Mittelmeer abgeladen wird und dann mit dem Zug, ja, nach Süddeutschland geht zum Beispiel, weil dann ist man einfach auch deutlich schneller. Und ich glaube, dass es deswegen wichtig ist, dass man sich fokussiert auf die Sachen, wo man sagt, da bin ich wirklich stark und da hat Hamburg auch sicher seine Stärken. Was kann Hamburg gut? Na, ich meine, Hamburg hat bei uns zum Beispiel eine sehr wichtige Rolle, wenn es geht um die Verkehre von und nach Südamerika, auf die Atlantikverkehre, die Indienverkehre, Fernostverkehre teilweise. Und da ist zum Beispiel die Anbindung an der Bahn in Hamburg ist sehr gut, ja, und das hilft uns auch, würde aber auch nach wie vor dafür plädieren, dass die Häfen in Deutschland besser miteinander zusammenarbeiten, denn ich meine, das wirkliche Wettbewerb von Hamburg ist nicht Wilhelmshaven oder Bremen, ja. Das wirkliche Wettbewerb ist Rotterdam und Antwerpen. Gibt es eigentlich diese berühmten Müllinseln tatsächlich, die irgendwo im Meer sind, wo dann ganz viel Müll rumschwimmt und das ja wirklich auch Schiffe behindert und sowas, weißt du das? Ich meine, das gibt das, ich meine, es gibt unglaublich viel Müll, ja, in den Ozeanen. Fairerweise haben wir da im tagtäglichen Geschäft, wir haben damit nicht viel Problem. Okay. Gibt es denn irgendwas, was euch jetzt abseits von Piraten irgendwie ab und zu Probleme macht, also sonst fahren die Schiffe recht reibungslos oder gibt es da nach wie vor dass welche verschwinden oder Strömungen oder Winde oder also wie muss man, gibt es Herausforderungen? Ich meine, da ist, ich glaube, die größte Herausforderung, die viele manchmal schon unterschätzen, ist einfach Wetter, ja, weil ich meine, im Winter ist es auf den Atlantik, wo wir viele Schiffe haben, ist es meistens relativ stürmisch, ja, und das gibt die Schiffe natürlich einige Schwierigkeiten, wir versuchen das natürlich zu umfahren oder zu vermeiden, aber das lässt sich leider nicht immer vermeiden und wenn du auf so ein großes Schiff bist und es gibt da Windstärke 10 oder 12, das ist nicht gerade witzig, ja, und es gibt auch andere wetterbedingte Themen, so wie zum Beispiel in Südamerika hat man meistens Probleme mit den Wellen, ja, und wenn die Wellen über eine bestimmte Höhe sind, darf man nicht in den Hefern rein, denn das führt auch zu Verzögerungen und im Nahen Osten zum Beispiel hat man relativ viel Nebel, ja, in manchen Monate und wenn es Nebel gibt, kann man auch nicht in den Hafen rein, so Wetter ist wahrscheinlich der wichtigste Grund zur Abweichung von, ja, das normale Schedule, ja. Und gibt es sozusagen abseits von Digitalisierung der Prozesse noch richtige Innovationen oder Newcomer in der Branche, also auf einmal kommt Elon Musk und er findet quasi die Autobranche neu, Wann war sozusagen der letzte neue Player, der dazukam, und da gibt es in der Schifffahrt auch sowas, dass man da wirklich neue Firmen aufgekommen sind, die vorher nicht da waren, mit einem neuen Prozess oder kann man in diesen Markt eigentlich gar nicht mehr eintreten, weil die Markteintrittsbedingungen sind zu hoch? Ich meine, ich glaube, um da reinzukommen, ist es einfach schwierig, ja, denn die Reedereien sind mittlerweile so groß, ja, dass um da tatsächlich einzusteigen, müsste man eigentlich eine Reederei übernehmen, ja, denn nur selber 250 Schiffe zu kaufen oder auch 100 Schiffe, gegen 150 Millionen pro Stück, das ist schon, ja, das ist schon eine richtige Summe. Wenn es geht um Innovation, war der Container an sich natürlich eine riesen Innovation vor 50 Jahren, der ist noch immer sehr effizient, was man heutzutage sieht, dass die Container immer, sage ich mal, intelligenter werden. Ich meine, wir statten zum Beispiel alle Container, ob es noch Kühlcontainer sind oder Standard-Container aus mit Tracking-Devices, ja. Das wird im Laufe von dieses Jahres, hoffentlich haben wir am Ende des Jahres 80 bis 90 Prozent der Boxen auch ausgerüstet mit Trecker und dann weiß man halt immer, wo der Box ist und damit kann man die Flotte auch bestimmt besser steuern. Aber solche Sachen, wie man sie jetzt ja vermuten könnte als Laie, dass es irgendwann so autonom fahrende Schiffe gibt, wo dann einfach, wie man mit einer Fernsteuerung so Schiffe über die Welt, das wird es nicht geben. Weißt du, das am Ende ist es auch eine wirtschaftliche Frage. Wenn man redet über eine Fähre, kann ich mir schon vorstellen, dass man da irgendwann sagt, okay, da fahre ich autonom. Weil da ist einfach der Anteil der Arbeitskosten in die Gesamtkosten ist hoch. Wenn man redet über Schiffe, die 165 oder 200 Millionen kosten und die sowieso noch Millionen an Betriebskosten haben jedes Jahr und man redet über Crews, wo man vielleicht dann mal fünf Leute ersetzen kann, ist das halt eine ganz andere, das Verhältnis ist komplett anders. Das Einsparungspotenzial, wenn man das alles völlig automatisieren würde, ist sehr gering. Das ist das Erste und das Zweite ist, es gibt so viele Risiken, die man damit auch abdecken muss. Ich meine, wenn man sich einfach mal ausdenkt, wie viel Wert die Güter haben, die alle auf dem Schiff sind, dann muss man sich fragen, ist es wirklich diese Investition wert, auch weil der Markt für sowas ist, wenn man alle Containerschiffe autonom machen würde, dann hat man einen Markt von 5.000 Systemen. Ich weiß, da wird immer darüber gesprochen, aber wenn man einfach mal so drauf schaut, dann stufe ich die Wahrscheinlichkeit mal sehr niedrig ein. Und ein Markteintritt darüber zu schaffen, dass man derjenige ist, von dem ihr die Schiffe chartert, also ich meine, es gibt da immer wieder so, Startups habe ich verfolgt, in Hamburg gab es mal vor Jahren eine Firma, die hat dann ein Schiff gekauft und euch das Schiff dann immer verschartert oder anderen. Ist da darüber neue Player gekommen? Ich meine, da gibt es natürlich viele Player in diesem Markt, ich meine, da gibt es hier in Deutschland der ein oder andere, aber es gibt da auch die Griechen zum Beispiel, da gibt es große Tonnage Provider, das sind keine neue Entries. Und ja, jemand kann mal einen Schiff kaufen und das versuchen zu vercharfen, aber damit verändert der Markt nicht. Ja, aber das ist sozusagen auch eine Wertschöpfung, die ihr sozusagen nicht selber nutzt, sondern jemand kauft einfach Schiffe und vermietet die weiter, das ist ja dann ein anderes an euch. Für uns ist es so, die Bilanz zu wissen, einerseits die großen Schiffe haben wir meistens selber und dazu mieten wir dann das eine oder andere Schiff, einfach weil das uns eine gewisse Flexibilität gibt. Wenn wir 250 Schiffe selber haben, dann müssen wir eher a, mehr Kapital investieren und zwei, wird unsere Flexibilität dann nur sein. Und das muss man einfach nicht tun, insbesondere nicht in ein zyklisches Geschäft wie der Schiffrat. Jetzt, du hast ja deinen Vertrag gerade noch verlängert, ich glaube bis 2027. Was wird da in Zukunft noch so kommen, werden die Jahre, was erwartest du? Also wird das ergebnismäßig runtergehen? Also es ist jetzt irgendwie auch kaum noch zu schlagen. Was ist da, wo glaubst du Penalties ein? Das weiß ich nicht, das würde ich gerne wissen, denn die Frage kriegt man natürlich auch öfter, aber das weiß ich nicht. Ich hoffe mal, dass wir auf Dauer in der Lage sind, unsere Kapitalkosten zurückzuverdienen. Aber ich meine, wir hatten jetzt gerade ein paar Jahre, in denen wir sehr viel Geld verdient haben. Jetzt, die nächsten paar Jahre, könnten schon nochmal richtig schwierig werden. Das ist andererseits auch das Attraktive an die Schifffahrt. Manchmal geht es sehr gut, manchmal ist es wieder weniger gut und es ist eigentlich nie langweilig. Und wir werden auch versuchen, über die nächsten Jahre das Geschäft weiter auszubauen, insbesondere wenn es geht um Terminals oder Infrastruktur und wenn es geht um weitere Digitalisierung. Also dein Job ist auch sehr stark, M&A zu machen, also zu gucken, was kann man jetzt für Kooperationen schmieden, wo kann man vielleicht zukaufen? Nicht sehr stark, aber sicher ein Teil davon. Ich meine, über die Jahre, wenn man tatsächlich versucht, Marktanteile zu gewinnen, hat man am Ende ist es ein einfaches Geschäft, hat man nur zwei Möglichkeiten. Entweder man kauft mehr Schiffe oder man kauft irgendjemand anderen. Und wir haben uns dafür entschieden, dass wir sagen, okay, wir werden nicht nur verrückte neue Schiffe kaufen, aber wir werden uns immer Möglichkeiten anschauen, um vielleicht das ein oder andere Unternehmen zu übernehmen, die es nicht so gut geht und wo wir einfach der bessere Eigentümer sind. Und dazu würden wir auch unser Geschäft erweitern, wenn es geht um tatsächlich die Beteiligungen an Häfen und Terminals. Worauf wettet man jetzt, wenn man jetzt eine Aktie kauft, wenn man jetzt den Podcast hört und sagt, okay, klingt ja spannend. Was würdest du sagen, ist so der Kernglauben, den man haben muss als Aktionär, der jetzt neu dazukommt auf der aktuellen Bewertung, woran muss man glauben? Ich glaube, heutzutage ist die Bewertung natürlich auch sehr stark getrieben von den Dividenden, die erwartet wird. Aber auch von den Werten von Hapag-Leut, wenn man den Wert, den wir haben in Assets und auch in Cash zusammenrechnet, dann würde man auch, würde das alleine schon zu einem Ordentlichen. Ja, das würde auch zu einem guten Börsenwert führen. Ich glaube, am Ende, wenn man investiert in die Schifffahrt, muss man daran glauben, dass die Weltwirtschaft weiter wächst. Wenn man daran glaubt, dass die Weltwirtschaft auf Dauer weiter wächst und man investiert nicht mit einem Horizont von drei Monaten oder sechs Monaten, aber längerfristig, okay, dann kann man sich überlegen, in die Schifffahrt einzusteigen. Ist bei den Assets, die du gerade aufgezählt hast, die Schiffe sind ein Asset, die Container, die Mitarbeiter in der Technologie, die Marke auch, also Hapag-Leut ist jetzt eine Traditionsmarke und mir sagt sowas, dass ich ein Kind bin und nicht, weil ich aus Hamburg komme, aber so Hapag-Leut hört man irgendwie, hat das einen Wert oder ist das eigentlich bei euch am Ende egal? Ich glaube, das hat bestimmt einen Wert, ja, das ist kein Wert, die so in die Bilanz steht, aber ich bin völlig bei dir. Ich glaube auch, Hapag-Leut hat einen guten Ruf, ja, in der Branche und auch bei vielen Kunden und am Ende hilft das, weil das steht am Ende, steht das glaube ich für Qualität, für Zuverlässigkeit, für Stabilität und das ist einfach wichtig. Und es gibt viele Kunden, die auf Dauer wahrscheinlich lieber mit Hapag-Leut verschiffen als mit irgendwelchen neuen Entry, wovon die auch nicht wissen, ob die in zwei Jahren noch da ist. Zum Schluss, jetzt, wenn du dir das vorstellst, 2027, bleibst du in Hamburg oder gehst du wieder zurück nach Holland? Ich meine, ich weiß auch nicht, ich meine, ich habe jetzt einen Vertrag bis 2027, muss man irgendwann mal entscheiden, ob das noch verlängert wird, ja oder nein. Wenn es verlängert wird, will ich sicher in Hamburg bleiben, wenn es nicht verlängert wird, ich weiß, dass es wäre, weiß ich nicht. Vielleicht, ich meine, ich fühle mich sehr wohl in Hamburg, meine Frau auch, so vielleicht bleiben wir hier, aber vielleicht sind wir auch mehr bei unserer Familie in Holland. Das wird der Zukunft zeigen, ist immer schlecht, fünf oder zehn Jahre nach vorne zu planen, aber meistens kommt es dann trotzdem anders. Alles klar, vielen Dank fürs Update, für die Einblicke in so eine andere Branche, also ich habe auf jeden Fall mehr gelernt als im normalen Podcast, einfach weil ich diese ganze Struktur nicht kannte. Vielen Dank. Gerne. Alles klar, ciao, ciao. Tschüss. 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 Tschüss.